Hallo, liebe Lesende! Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich schulde euch noch meinen Lesemonat August 2019. Ich habe ihn thematisch so ein bisschen sortiert. Es kommen zuerst die Norweger, wie immer eigentlich. Dann möchte ich etwas zu deutschsprachiger Literatur erzählen, dann etwas zu Russen, die ich gelesen habe und am Ende noch über einen der dicken Wälzer des Monats August sprechen. Über die beiden Norweger, die ich im August gelesen habe, habe ich auch ein einzelnes Video gemacht. Und zwar war da einmal Tajay Vessos, das Eisschloss, zu sehen. Nicht nur eines der schönsten Bücher, die, wie ich finde, der Gogolz Verlag überhaupt herausgegeben hat, sondern auch eines, was mit seiner berückenden Geschichte wirklich begeistern kann. In das Eisschloss zeichnet Tajay Vessos nämlich ein Gemälde einer norwegischen Dorfgemeinschaft, in die ein neues, junges Mädchen eintritt, die gerade erst ihre Mutter verloren hat. Und ein gleichaltriges Mädchen aus dem Dorf interessiert sich besonders für sie. Sie will sich mit diesem besagten Mädchen auch anfreunden und plötzlich verschwindet das neue Mädchen aber. Und das alles hat irgendwie zu tun mit einem mysteriösen Eisschloss, das dort in der Kälte ersteht. Im Endeffekt resultiert daraus auch eine große Suchaktion dem Mädchen gegenüber. Da drin steckt viel Märchenhaftes und mythologisch Mysteriöses, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe mich die ganze Zeit beim Eisschloss gefragt, kann das in der Realität existieren oder nicht? Das klang so überzeugend vom Autor, dass ich wirklich daran glauben wollte. Und gleichzeitig hat mich überrascht, wie ein älterer Autor so perfekt eine Mädchenfreundschaft darzustellen weiß, in all ihrer Schwere, auch in diesem Kummer, der da drin steckt, wenn die eine Freundin plötzlich weg ist und wenn man doch über etwas hätte reden müssen, was dann nicht zu Wort gekommen ist. Also hier steckt auch viel Unausgesprochenes drin. Und ich fand, dass Tayyay Vessos dem mit seiner sehr feinen Poesie gut Herr geworden ist. Also für mich eines der besten Bücher dieses Jahres. Zusammen mit einem anderen Buch aus dem Ngo Golds Verlag, das ich auch schon vorgestellt habe, im ersten Halbjahr. Also dieser Verlag weiß durch und durch zu überzeugen. Deshalb für dieses Buch eine ganz besondere Empfehlung, wenn ihr Norweger lesen wollt. Die zweite Norwegerin, die ich auch in dem anderen Video vorstellte, war Göril Gabrielsen, Die Einsamkeit der Seevögel. Hier begegnen wir einer Forscherin, die sich in den äußersten Norden von Norwegen vorwagt. Dort die Brutverhältnisse von den besagten, hier im Titel vorkommenden Seevögeln erforscht und wie der Klimawandel auf diese einwirkt. Solange es nur um diese Forschung ging, um den Alltag, um diese Einsamkeit auf der Forschungsstation, war ich vollkommen mit dabei und integriert in die Geschichte. Aber offensichtlich wollte die Autorin noch so einen leichten Thrill-Moment reinbringen und hat der Hauptfigur einen geliebten und einen stalkenden Ex-Ehemann an die Seite gesetzt. Und von beiden erreichen sie immer wieder Nachrichten. Und über die einen freut sie sich und über die andere nicht. Man kann es sich sicher denken und irgendwann gerät die Figur so ein bisschen in paranoide Wahnvorstellungen. Und ich glaube, das hätte spannend sein können, aber gleichzeitig denkt sie dann ständig an so eine Geschichte, die dort stattgefunden hat, in dieser Hütte, wo sie jetzt lebt. Und sie bezieht dieses Leben, was sie dort erlesen hat, auf ihr eigenes Leben. Und wir erfahren dann so ein bisschen durch die Blume, was für ein schreckliches Eheleben sie geführt haben muss. Also das hat mich leider nicht mehr so überzeugt. Da waren dann sehr viele Szenen dabei, die ich so ein bisschen fragwürdig fand. Aber alles, was so das Forscherleben am Anfang anging, hat mich sehr überzeugt. Also ein bisschen gemischte Meinung, was dieses Buch angeht. Kommen wir zur deutschsprachigen Literatur. Ich belas im August zusammen mit Literaturlärm Außer sich von Sascha Mariana Salzmann, das auf der Long & Short des Deutschen Buchpreises 2017 stand. War auch damals ein Buch, das mich sehr interessiert hat und ich muss sagen, es war auch eine sehr, sehr herbe Enttäuschung. Hier beschreibt die Autorin eine junge Frau, die auf der Suche nach ihrem Bruder ist, die gleichzeitig mit ihrer Identität kämpfen muss, weil sie merkt, dass ihr weiblicher Körper offensichtlich nicht der richtige ist, sondern dass sie lieber ein Mann sein möchte oder als Mann geboren wurde, aber im falschen Körper steckt, wie auch immer man dieses Transsein hier beschreiben möchte. Ich glaube, ich hätte das an sich schon interessant genug gefunden, aber was man dann bekommt, ist einfach ein kompletter Abriss der Familiengeschichte, die einfach unglaublich ausschweifend ist. Erst die Eltern, dann die Großeltern, am besten noch mehr Generationen davor, was einfach überhaupt keinen Zusammenhang hat zu dieser Geschichte, in der sich die Hauptfigur Ali befindet. Ali ist leider auch nicht dazu geschaffen, irgendwie Probleme besonders gut anzugehen, sondern sie flüchtet sich auch eigentlich stetig nur in Partys und in Sexgeschichten und die waren nicht besonders spannend. Also ich habe mich immer gefragt, warum gerade das dargestellt werden muss und sie ist so unglaublich anhänglich, dass sie dauernd die Leute regelrecht betatscht. Also das hat ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl von ihrem sexuellen Empfinden irgendwie in mir geweckt. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, irgendwann hat mir auch diese Art und Weise, wie mit dem Transgender-Sein umgegangen wurde, nicht gefallen, weil ich das Gefühl hatte, die Figur will eigentlich nur trans sein, weil ihr Bruder irgendwie fehlt und sie so sein möchte wie ihr Bruder. Und das kann doch nicht die richtige Motivation dafür sein, das andere Geschlecht für sein Richtiges zu akzeptieren, oder? Ich weiß nicht, irgendwie hat mich dieses Buch sehr verstört. Dann wurden schon immer merkwürdige, inzestuöse Dinge zwischen den Geschwistern angedeutet und ich habe vor der Szene abgebrochen, wo die beiden dann tatsächlich eine Sexszene zusammen haben und ich habe mir die aber nochmal durchgelesen und dachte nur so, nein danke, das möchte ich nicht lesen. Ich bin nicht unglücklich darüber, dass ich dieses Buch abgebrochen habe, aber ich finde es unglaublich enttäuschend, weil ich zwei Jahre jetzt darauf gewartet habe, es dann auch endlich mal zu lesen und im Endeffekt hätte ich es mir halt wirklich sparen können. Die anderen deutschsprachigen Dinge, die ich dann noch las, waren aber nicht enttäuschend. Unter anderem las ich dieses schmale Bändchen Thomas Mann in Nidden, was ich von ganzem geschenkt bekam. Vielen Dank noch einmal dafür, dass, damit hast du meinen Geschmack, hundertprozentig getroffen ist. Löste nur wieder aus, dass ich so viel Sehnsucht nach Thomas Mann und seinen Werken verspüre, dass ich irgendwann dieses Jahr, glaube ich, noch etwas von ihm lesen muss. Ich glaube, der Titel sagt es schon, beschrieben, wie Thomas Mann seine wenigen Jahre auf der kurischen Nährung verbracht hat. Das war kurz nachdem er 1929 den Literaturnobelpreis erhielt. Er ließ sich nieder auf Nieder mit seiner Familie in den 30er Jahren und die 30er Jahre brachten dann natürlich leider auch das nationalsozialistische Regime in Deutschland. Das heißt, es war so ein letztes Ferienidyll, bevor es so richtig losging mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und es wird einfach als ein unglaublich schönes Sommerhaus dieser Familie beschrieben, auch wie herzlich die empfangen wurden von den litauisch-deutschen Bewohnern und wie Thomas Mann gleichzeitig sehr, sehr scheu war und dachte, oh Gott, so viele Menschen um mich herum, bitte nicht. Also das war auf der einen Seite sehr, sehr angenehm zu sehen, dass Thomas Mann einfach sehr menschlich dargestellt wird. Auf der anderen Seite natürlich, oh, der große Schriftsteller, der gerade den Literaturnobelpreis bekommen hat, kommt zu uns. Und es war einfach eine wunderschöne kleine Lektüre für zwischendurch. Das sind auch kaum 30 Seiten, die man hier belesen kann. Natürlich auch noch stark bebildert, wie ihr das seht. Und man bekommt einen sehr, sehr guten Eindruck davon, wie Thomas Mann dort gelebt hat. Und leider hat Thomas Mann seine Tagebücher aus der Nidener Zeit verbrannt, 1945. Sonst hätte man da wahrscheinlich noch sehr viel mehr Zeugnisse. Aber auf Nieder gibt es seit 1967 dank zweier Litauer auch ein Museum, das an Thomas Mann und seinen dortigen Wohnort in den 30er Jahren erinnert. Also ich glaube, irgendwann, wenn ich nochmal nach Litauen komme, muss ich mir das Thomas Mann Haus angucken. Ich glaube, da werde ich sehr begeistert von sein. Wenn wir in der deutschsprachigen Klassikerliteratur bleiben, hat mich auch noch Hans Fallerdas sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein, begleitet. Hier sind mehrere Kurzgeschichten und Romananfänge versammelt, die sich unter anderem um das Thema Sucht drehen, aber auch um die Gefängnisaufenthalte, die Hans Fallerdas wegen seiner Sucht erlebte. Und gleichzeitig sind noch so Schul-, Kinder- und Familiengeschichten eingewoben. Mir haben alle sehr gut gefallen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass der Band tatsächlich nur Sucht und biografische Geschichten enthält, die Fallerdas auch belegen kann und die er selbst irgendwie miterlebt hat. Die begeisterten mich etwas mehr. Ich versuche mich auch gerade so ein bisschen durch diese Geschichten, oder versuchte mich durch diese Geschichten auch vorzubereiten, irgendwann mal die Biografie zu lesen von Hans Fallerdas, die existiert und die, glaube ich, sehr, sehr viel von dieser Sucht spricht. Und ich weiß nicht, ob ich das ertrage, so viel davon zu lesen. Und hier erfährt man ja schon, dass Hans Fallerdas um die 80 Morphinspritzen am Tag genommen hat, um irgendwie klarzukommen. Und daneben noch all die anderen Süchte, die er hatte. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das muss so heftig gewesen sein, dieses Leben. Und kein Wunder, dass er dann auch so viel zu früh eigentlich verstorben ist und trotzdem so ein genialer Autor war. Also auch diese Kurzgeschichten zeugen davon, dass er ein Schreibtalent hat, dass er gut zu formulieren weiß, dass er interessante Plotzentwürfe, die kleinen Leute in ihrem Milieu zeigt und denen sehr, sehr zugewandt ist. Also das gefällt mir sehr und ich glaube, Hans Fallerdas werde ich auch noch weiterhin belesen. Dieser kleine Ausflug hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es folgt der kleine Teil mit russischer Lektüre. Ich habe unter anderem My Billionochie beendet. Das sind vier Kurzgeschichten, die extra auf A1-Niveau sein sollen, um Lesern, die gerade mit Russisch begonnen haben, so ein bisschen den Einstieg zu ermöglichen mit authentischen Geschichten. Ich fand die Auswahl der Geschichten sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend und vor allem extrem russlandkritisch. Also wir haben eine Geschichte unter anderem dabei, die von Studenten erzählt, die irgendwie merken durch Unruhen, dass man in Russland nicht mehr gut leben kann. Wir haben auf der anderen Seite eine junge Ärztin, die eigentlich Tänzerin werden will und die dann so ein bisschen aus diesem System ausbrechen muss und auch ihren Eltern zeigen muss, dass sie weitaus mehr kann und ihre Passion woanders liegt als in der Medizin. Wir haben aber auch gleichzeitig eine Geschichte, die Russland um sein Problem mit Obdachlosigkeit und Armut zeigt und wiederum eine zweite Geschichte über eine Künstlerin, der etwas leicht Magisches passiert in einer besonderen Nacht, die dort geschildert wird. Und alle diese Geschichten fand ich sehr begeisterungswürdig. Man konnte sie gut nachvollziehen, man konnte in die Köpfe der Figuren hineinschauen. Ich habe auch einen A2-Kurs russisch absolviert und ich bin durchaus das Russische schon ganz gut mächtig. Aber hier stecken so viele verwirrende Formulierungen drin. Hier sind Satzkonstruktionen, bei denen ich meine, sie noch nie so gelesen zu haben. Und hier ist sehr viel schwieriges Vokabular drin. Also nicht nur die Sachen, die auch in so kleineren Kästen dann mal erläutert werden. Da sind einfach Wörter drin, wirklich. Wer verwendet die? Manchmal habe ich mich gefragt, ist das wichtig, dass ich das auf A1-Niveau wissen muss, diese Vokabeln schon zu haben? Aber ich will gar nicht so sehr daran meckern. Ich finde es einfach großartig, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, weil so viele angeleitete Lesetexte auf Russisch gibt es noch nicht. Ich weiß, es gibt immer so einen zweisprachigen Ausgaben, aber die, finde ich, bringen einem nicht so hundertprozentig was. Wenn man wirklich nur das Einsprachige hat mit Vokabelerklärungen, Grammatikerläuterungen und kleineren Übungen dazwischen, das halte ich dem Buch sehr zugute, sind sehr viel sinnvoller. Also ich habe die Geschichten gerne gelesen, aber es hat sehr viel mehr Aufwand erfordert als A1, ganz ehrlich. Also wenn ihr A2 oder B1 habt, dann ist das wahrscheinlich noch unproblematischer. Vielleicht ist das auch so gedacht, dass man sich auf dem Niveau von A1 da so ein bisschen durchhadern muss, aber ich musste mich auch auf dem Niveau von A2 sehr, sehr durchkämpfen. Und das hat manchmal an meiner Geduld gezerrt, weil man, glaube ich, schon Ansprüche bei fremdsprachiger Literatur hat, die man nicht mal in seiner Muttersprache hat. Ich bin auf jeden Fall durchgekommen und es hat mich auch gefreut, dass ich dieses Jahr was auf Russisch komplett gelesen habe, auch wenn es nur vier Kurzgeschichten auf 100 Seiten sind. Aber ich glaube, jeden Schritt, den man in einer Fremdsprache geht, egal ob sprachlich, lesetechnisch, über das Hören, sind immer ein Fortschritt. Also egal, wie klein ihr das vorantreibt, macht es einfach eine andere Sprache, wird euch die fremde Kultur, die ihr sehr genießt, immer näher bringen. Und ich merke, dass mit jedem Wort Russisch, dass ich mehr verstehe, dass mir Russland einfach nur noch mehr gefällt. Mit seiner Sprache, seiner Kultur, seiner Literatur natürlich. Außerdem hat mich im August zweimal Pushkin begleitet. Ich habe nämlich das Hörbuch zu Yevgeny Anirgin gehört, weil ich unbedingt auch den Film sehen wollte, der mit Liv Tyler und Ralph Fiennes existiert. Das Hörbuch wurde gelesen von Gerd Westphal und ich glaube, ich könnte mir keinen besseren Sprecher für Klassikertexte vorstellen. Er wird ja auch empfohlen als einer der großen, guten Sprecher, der einfach perfekt intonieren kann, der auch diesen Versroman in Yevgeny Anirgin ist genau das so perfekt gelesen hat, dass die Reime alle so gut funktionierten miteinander. Also ich habe das so genossen, wie sich da Goethe auf Morgenröte reimte und einfach alles. Ich glaube, wenn ich das in Buchform vor mir gehabt hätte, ich hätte mir wahrscheinlich alles, ich hätte das ganze Buch zu Tode markiert und ich habe auch vor, es definitiv nochmal in Schriftform zu lesen, aber es mir vorlesen zu lassen, war einfach ein Hochgenuss. Also ich empfehle euch, solche Art von Hörbücher wirklich zu hören, wenn ihr auf einen Sprecher Wert legt, der wirklich das zur Perfektion treibt, mit der Intonation und eine Geschichte wirklich greifbar zu machen. Also mir hat Yevgeny Anirgin extrem gut gefallen. Es ist im Grunde genommen eine tragische Liebesgeschichte. Wir haben eine junge Frau namens Tatjana und Yevgeny Anirgin auf der anderen Seite, die irgendwie eine Neigung zueinander fassen. Tatjana zuerst für Anirgin, Anirgin dann später erst für Tatjana und sie geraten dann aber in Verhältnisse, die sehr, sehr schwierig sind und es irgendwie unmöglich machen, dass sie beiden als Liebende zusammenfinden. Was ich interessant fand an dem Roman, ist, dass der erste Höhepunkt ein Duell ist zwischen Anirgin und einem seiner Freunde, was sehr, sehr tragisch ist. Und gleichzeitig werden aber auch so die Umstände, wie sie aufgewachsen sind, wie sie sich jetzt gerade betragen. Also Anirgin ist der größte Dandy, den ihr euch vorstellen könnt, quasi ein Oscar Wild in russischer Form. Es hat mir extrem gut gefallen. Ich fiebere bei tragischen Liebesgeschichten, bei Klassikern sowieso immer mit und Anirgin hat genau dieses perfekte, schöne Gefühl wieder ausgelöst. Und auch, wenn ihr euch den Vers-Epos nicht zutraut, dann guckt euch den Film dazu an. Der ist wirklich wunderschön gemacht. Der ist auch vom Kostümdesign extrem gut. Also auch wenn es wahrscheinlich heutzutage noch bessere Serienformate und Filme gibt, die auch historisches zeigen, ist das eine meiner allerliebsten Literaturverfilmungen mittlerweile. Also werde ich mir demnächst auch nochmal angucken und ich liebe es einfach. Ich liebte es. Und weil ich dann schon so im Pushkin-Fieber war, habe ich mir auch noch so eine kleine Novellensammlung von Reklam gegönnt. Die ist auch noch so knapp 50 Seiten lang. Vor allem, weil hier Pik Dame drin ist. Und sowohl Yevgeni Anirgin als auch Pik Dame wurden in Dostoyevskis Ein grüner Junge erwähnt, was ich auch erst vor kurzem gelesen habe. Und dann wollte ich dem halt so ein bisschen nachspüren und wissen, worauf Dostoyevski da eigentlich anspielt. Und bei Pik Dame geht es unter anderem eben um Glücksspiel und wie ein junger Mann aus einer älteren Frau eine Art Geheimnis herausquetschen möchte, wie man eigentlich nur noch gewinnt beim Glücksspiel. Und sie verrät es ihm irgendwie, aber gleichzeitig steckt da auch so ein bisschen späte Rache mit drin. Also es ist schon so ein bisschen amüsant. Während der Postmeister wieder ein sehr ernstes Stück ist, was Pushkin hier zeichnet. Und die letzte Geschichte ist der Schuss. Und hier geht es um ein Duell, was irgendwie völlig schief geht, weil daran Parteien teilnehmen, die keine Ahnung haben, was man bei einem Duell eigentlich tut. Also mir hat Alexander Pushkin gezeigt mit Yevgenia Negin und mit der Postmeister, dass er tragische Geschichten zeichnen kann und mit der Schuss und Pik Dame, dass er durchaus auch eine sehr humorvolle Seite besitzt. Und es hat mich absolut für diesen alten Russen gewonnen, den ich auch vorher schon belesen habe, aber ich kannte eben solche Schlüsselwerke wie Yevgenia Negin noch nicht. Aber jetzt kenne ich sie und möchte sie auch gerne an euch weiterempfehlen. Und es kommt nicht das Beste, sondern das dickste Buch zum Schluss, nämlich die über 1300 Seiten von Die Wohlgesinnten von Jonathan Little, ein Roman, den ich jetzt nach 10 Jahren wiedergelesen habe. Das heißt, 2009 hat er mich schon einmal irgendwie völlig aus der Bahn geworfen. Ich glaube, das war einfach zu früh, mit 17 in diese Art von Roman und in diese Gedankenwelt des Protagonisten vorzudringen. Bei Die Wohlgesinnten handelt es sich nämlich um einen Roman über die NS-Zeit aus der Täterperspektive und auch noch aus einer Täterperspektive eines Mannes, der es nicht bereut, wie er gehandelt hat und was er erlebt hat und der auch nicht daran zweifelt, dass das NS-Regime irgendwas Falsches war, sondern durchaus auf dem richtigen Wege war. Also wir werden gleich von Anfang an schon mit Gedanken konfrontiert, die uns nicht besonders freundlich gesinnt sind oder mit denen wir mit vielleicht antifaschistischen Gedanken nicht konform gehen. Darauf muss man sich einstellen, sonst wird man mit dieser Figur absolut nicht warm. Maximilian Aue als Hauptfigur kommt relativ unfreiwillig in die Fänge der SS, würde ich sagen. Also er selber ist homosexuell und es wird auch am Anfang recht ausführlich beschrieben, was er da so alles tut, was es da so für Treffpunkte in Berlin gibt für Menschen, die eben nicht heterosexueller Neigung sind und er wird eben irgendwo gefangen gehalten und ein Mensch, der ihm dann freundlich gesinnt ist, hilft ihm und sagt, komm doch mit in unseren Verein, dann passiert ihm nichts und ja, das rettet ihn mehr oder weniger vor dem Zuchthaus. Ab da beginnt seine ziemlich steile Karriere. Ich glaube, am Ende ist er SS-Obersturmbannführer und ich konnte mich jetzt nach zehn Jahren tatsächlich nicht mehr erinnern, was so richtig seine Rolle war, weil ich mich nur erinnerte, okay, er ist in Stalingrad dabei, er ist in Sabibor dabei, er ist in allen möglichen KZs dabei, er ist dann auch bei der Invasion der Russen und der Alliierten mit dabei, aber was er eigentlich genau gemacht hat, das hat mich immer total verwirrt. Er ist im Endeffekt nur ein Schreibtischtäter, also jemand, der zum Beispiel die Qualität und die Zustände in den Lagern überprüfen soll, jemand, der Berichte schreibt, jemand, der das weitergibt und der so ein paar Forschungen anstellt, zum Beispiel mit einem Sprachwissenschaftler korrespondiert, den er trifft, eine der besten Figuren, die er dort trifft, der einfach auch darüber spricht, wie unterschiedlich die jüdischen Völker leben im Kaukasus und welche unterschiedlichen Sprachen die haben und welche davon echte Juden sind oder auch nicht. Also da steckt so viel unglaublich gutes theoretisches Wissen drin und ich empfinde diesen Roman auch als einen der besten, recherchiertesten Romane, der detailreicher nicht sein könnte, der ihn auch wirklich begeistert, was diese Ebene angeht. Also die Innsicht, die man hier bekommt auf verschiedene NS-Größen und auch auf Vorgänge, was da in Lagern passiert, wie die Erschießung der Juden vonstatten geht, wie die da von Dorf zu Dorf gezogen sind und alle liquidiert haben und wie das an den Menschen gezerrt haben muss, die das miterlebten, wie diese Massengräber beschrieben werden, da ist diese Figur überall dabei. Und natürlich reißt das enorm an der Psyche von Maximilian Auer, also das geht überhaupt nicht, Spulus an dem vorbei, aber er verdrängt es sehr gut. Er hat dann an irgendeiner Stelle auch einen Unfall, er hat heftigste Halluzinationen und kommt dann mehr oder weniger auch aus dem Krisengebiet wieder zurück nach Berlin und muss dann dort das Bombardement und verschiedene andere Prozesse oder Ereignisse auch miterleben. Und die sind teilweise sehr, sehr spannend gefiltert. Was mich an diesem Roman am meisten stört und wenn man es weggelassen hätte, hätte man wahrscheinlich 300 Seiten sparen können, ist, dass Jonathan Liddell leider einen absoluten Faible dafür hat, erstens für sehr merkwürdige Sexszenen, also unsere Hauptfigur hat nicht nur homosexuell, sondern hat auch noch eine völlig dysfunktionale, inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester gehegt als Kind und möchte das gerne fortsetzen, seine Schwester aber nicht, die ist verheiratet und möchte sich da gerne raushalten und ermahnt ihn immer, muss ihn irgendwie erziehen und er ist aber gleichzeitig sexuell so stark an ihr interessiert, dass er irgendwie nicht weiter weiß und gleichzeitig schreibt Jonathan Liddell unglaublich gern über Ausscheidungen und das ist nicht besonders schön. Unsere Hauptfigur hat dann irgendwann Probleme mit der Verdauung und kann sich da irgendwie nicht mehr im Zaum halten und Jonathan Liddell hat großen Spaß daran, das alles im Detail zu schildern und das ist als Leserin irgendwie nicht besonders schön. Damit bin ich auch am Ende meines Lesemonats August 2019 angekommen und hoffe, für euch war einiges Spannendes mit dabei. Ich fand es interessant, dass ich das Video thematisch so ein bisschen bündeln ließ. Dabei habe ich diesen Monat tatsächlich einfach nur so gelesen, wie ich wollte und ja, einige Sachen waren geplant, zum Beispiel diese Leserunde zu dem Dicken Wälzer, die Wohlgesinnten, andere kamen sehr, sehr spontan dazwischen, wie Thomas Mann oder auch Pushkin, auf die ich dann sehr spontan Lust hatte und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude bei diesem Video. Ich hatte sie jedenfalls und wir sehen uns sicher im nächsten Video wieder. Tschüss!